Hey Freunde! Willkommen zurück zu AHEAD IN TIME! Oh, ich bin nicht runterfallen. Beim letzten Mal haben wir das letzte Ticket, das pinke, gekauft und werden heute nun, wie ihr oben rechts sehen könnt, die letzten beiden Dinger sammeln, ausfüllen Und ja, schauen wir uns mal das Ending hiervon an, auch wenn wir noch lange, also was heißt lange, auf jeden Fall noch nicht wirklich fertig sind mit dem Ort Okay, denn wir haben hier noch Sachen zu erledigen, sagen wir es mal so Zum Beispiel diese Leute, die einem superviele Sachen anbieten und ja, meine Augen tun weh, weil ich kein Geld habe und die so krasse Sachen alle verkaufen Und die sind alle so verstreut und ich habe mir jetzt schon wieder vergessen, wo die meisten von denen sind Schhh, raus! Warum? Du verhörst meinen Hütungsplatz, Kind! Sorry! Ich geh ja schon Ah, ist doch nicht weird, das ist normal Ich habe viele hundert Punkte aus der Eventbox, und habe alles, was ich wollte Und dann, wenn ich etwas arbeite, als eine Jewelrie-Surper für extra Geld, und ich habe noch nicht diesen superlimitenden rare robo-Kat Ich weiß schon, dass man die Kiste mit Punkten bekommen kann, oder? Was? 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 Okay Keine Ahnung, was er gemeint hat Okay, aber hier unten gibt es nichts Neues Kann ich da rein? Neee Da komme ich nicht rein Was soll ich hier lang? Also, ich meine Man kann von hier aus noch was sehen, ja klar, aber Eigentlich Oh, nein! So kommt man da an das Geschenk ran! Warte, warte, warte Oh, ich bin wieder unten gespawnt Sorry dafür Aber ja, ich weiß jetzt, wie man da rankommt Boing 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 So, und dann mit dem bouncen lassen Please, 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 please Alter Es ist halt so dumm, dass der Hellcat automatisch so am Klettern ist Ja, das kann gut sein, dass es dieser Anstecker ist, der das macht Dennoch ist es einfach übel stupid Ja Dass er trotzdem stupid finden, man Na komm Boing Nee, das war diesmal nicht die Beschleunigung, die ich eigentlich brauchte, die ich eigentlich letztes Mal hatte Hallo, Kumpel Nicht runterfallen, please, 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 danke Ach, come on Okay, dann lasse ich das jetzt erstmal Sorry, aber Da wird für mich sowieso noch ein Risk-Token sein Den hole ich dann halt nach, oder sowas Den kriege ich jetzt nicht Ich will jetzt auch nicht sterben, das ist halt das Ding Okay, dann war mal halt, ich sterbe jetzt einfach Cool 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 Geil Oh, ich spawn hier direkt Alright Ich spawn hier direkt Ach nee, ich soll da hoch Schaut mal Ich soll hier hoch Immer lang, wenn die Dinger, die Katzen grad nicht da sind Ahhhh Ahhhh Wart das Ding ist schon hier? Ich hab ja locker noch in der letzten Folge machen können Egal 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 Hab ich nicht gewusst Okay, das letzte Ding Okay, das letzte Ding Naja, ich geb's euch Hier 7 Es ist ein glückes Nummer, um zu sagen, du kennst Mh Mh Moin Egal 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 Ich hab ja immer wieder Geld von ihr Ne Ich hab ein bisschen die Hoffnung, dass ich von ihr meine wie 1000 Punkte oder so bekommen damit ich halt Irgendwie ansatzweise ein bisschen rankomme, mir irgendwas noch zu leisten Wißt du was ich meine? Warte, jetzt komm ich ja hier lang Das ist schon eine Abkürzung, aber es ist trotzdem eine schöne nette Abkürzung Und da war und wie hab ich das verpasst? Sieht lustig aus Diese Art Style hier von dem Sticker Na oder Warte K Kann sein, bin mir gar nicht sicher Aber das ist ja einfach nur ein Rückweg Irgendwie ja Aber wait Jetzt können wir ja hier die beiden Wege nutzen Dream einmal hier hin Keine Ahnung, wo das jetzt hinführt Kann ich ja nicht sagen Ich schau mal kurz nach für euch Warte, mit dem waren wir doch schon mal Ja, klar, hier waren wir schon mal Okay Abkürzung zu dem Dude Und Dort hinten Ist das eine gute Abkürzung hier? Gelber? Wait, du sellst was? Nein Wait Wait Nee, das hatten wir schon Nee, okay Die Abkürzung verstehen wir noch nicht ganz Die andere macht schon Sinn Und nee, wir sollen hier wieder mit dich durch Okay Äh Auch so, ja Sorry Ja, ja Dauern gibt's ja nichts Joins Ähm, ich bin gerade überlegen Wo gab's denn hier jetzt noch einen Weg, wo wir langen konnten Wo gab's hier jetzt noch einen Weg, nee, das war falsch, wo wir langen, hoch Ja Ah, hier sind wir wieder, ja, hier sind wir wieder, ja, hier sind wir wieder hier, schön und gut Hier muss es irgendwo noch einen anderen Weg gegeben haben Da oben Da oben was gesehen, warte mal Wo muss ich langen? Eine sehr berechtigte Frage, würde ich behaupten Äh Der Kind hat selber keine Ahnung Warum sterbe ich da? Bro Ich darf hier nicht runterspringen Dabei will ich ja gar nicht nach oben Hier war ich doch literally vorhin Ich weiß ja nicht, wo ich lang soll Ah Ich überlege Ob ich was geben könnte Hier? Ich glaub, nee, hier war Nee, hier war Doch, von hier kamen wir doch Wait, wait a minute Wait a minute Aha Okay, von hier komm ich ja einfach da ran Na gut Hö, ich fliege Hö, ö, 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 okay Hm, hi Danke, und fürs Killen Oh hey Leute, ich glaub ich hab's gefunden Tatsächlich Yeah, ich glaub ihr wisst alle wo ich bin Das Kapitel fängt doch bei den gelben Dingern an Ja Also wenn man das Pinke hier hat Ne Hier ist übrigens ein, äh Sticker Oho Dann sind wir einfach immer wieder hier hochgegangen Ne Ja, hier kann man ein bisschen Ausschau halten Und Naja Also Also Ich glaube den Weg Gibt es Hier irgendwo Ähm Ja Ähm Waren wir hier eigentlich schon? Ich glaube nicht Ne Okay Das war der Ort Aus irgendeinem Grund dachte ich die ganze Die wäre ich schon gewesen War ich aber nicht Und hier seht Wir haben eine neue Leiste, eine neue Anzeige Und die Können wir auffüllen mit diesen Elektro-Dingern Elektro-Kugel hier auf dem Boden liegen 15 an der Zahl brauchen wir Und dann haben wir Was haben wir denn aufgeladen? Irgendeine Batterie auf jeden Fall Ich habe mich vorhin schon mal einer Aua Aua Geschlagen Nicht so gut Ich weiß Aber was soll ich machen? Und jetzt haben wir alle Wunderbar Und da oben ist es schon 100 Brauchen wir dafür Aber zum Glück werde ich nochmal vollgehalten Okay Let's go So schwer kann das auch nicht sein 100 Dinger sammeln Und dann wieder Am Anfang treffen Das wird doch easy Easy sage ich dazu Ja Gar kein Problem Wo ist denn hier die Challenge? Ne? Oh da links hätte ich noch lang gemusst Habe ich gerade gemerkt Ja im letzten Moment Also es ist zu spät Wir müssen sowieso mehrere Ehrenrunden drehen Um alles einsammeln zu können Wie ihr sicherlich schon Gemerkt habt Dree Dree So rüber 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 Hier links gab es nämlich noch was Ja Dün 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 Aber das ist ein cooler Modus Das ist ein cooles Minigame Sag ich mal Das gefällt mir Düt 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 Ah nice das ist richtig cool das ist vor ich das aber ja hier hoch schnell nein achtung ich war doch auf den nächsten ja guckt wie schnell die einfach kommen 65 erst jetzt schon viel mehr hier muss drauf bleiben für die dinger und für die dinger und für weil ich hab recht noch was war aber hier okay aber ich lebe noch das ist das wichtigste war so was einfach erneut ja einfacher noch mal versuchen auf dem hauptweg liegen die meisten scheinbar aber nicht alle acht stück filmen jetzt noch irgendwo wo ich noch nicht lang gegangen weil jetzt habe ich eigentlich alles gemacht alles untersucht alles nachgecheckt ich könnte mir vorstellen dass es hier in der richtung ist irgendwo am anfang vielleicht irgendwo unten irgendwo oben links rechts ab start ich weiß nicht ich war noch mal mit hier mit dem ding ich glaube hier auf dem weg lag es noch unter mir ich sehe nichts da sind welche hier und rauf vier stück noch ja wo könnten vier stück noch sein ich sehe sie da oben aber da gibt es mehr es gibt mehr als 100 schaut mal dort oben das sind definitiv mehr ja da sind noch drei weitere aber scheinbar gibt es ein paar ticken mehr als man braucht das war cool hat mir gefallen warum gab es nicht mehr davon oder vielleicht kriegen wir beim finale mehr davon wie es generell wie wir noch gar nicht lang waren tatsache man muss die euch alles machen sag gut wie so ein ganzer weg wie wie wir wirklich mal gerne kurz anschauen weil ich weiß nicht ob du ihn für bonus area wir uns hier immer wieder zurück wo bin ich bin ich immer wieder hier bin ich okay so fahr mich zurück zum letzten hourglass das war übrigens eine lüge das ist nicht das letzte hourglass und da ist es hier ja schön warten bis der zug weg ist und jetzt rüber let's freaking go aber keinen schlag das tut nice das waren dann also alle die sie wollte naja hier ein 8 hm wie gut für dich das bedeutet mehr Geld ich habe gesagt, dass ich dich riecht und ich würde mir nicht lieben jetzt für mich? naja, das ist mein Geschäft ich rufe auf dich, wenn ich deine Erfahrungen wieder brauche für heute, genieße deine Schuld ich habe wochen zu sein und vorbereiten zu machen ja, das heißt ja, hier müssen wir rein fürs Finale aber habe ich jetzt wirklich Geld bekommen? also ich habe jetzt so diese Scheine bekommen ich brauche ja eigentlich die Kristalle euer Menschengeld, da will ich nicht eure Menschen-Dollar muss ich mal kurz gucken ich habe 200 das reicht für die euer Jacke aber es reicht nicht für naja für was anderes hier sind all meine Hourglass, die ich gesammelt habe eigentlich möchte die ja haben das ist ja meine ich meine, man kann nie genug von denen haben also ich meine, wenn sich hier niemanden stört dann nehme ich sie einfach ne gleich da rein in der neue Welt ne, kein Mario 460 ja, danke ist meins ist auch meins auch meins auch meins auch meins da muss ich mal sehen boah, sind sie schwer auf einmal ah wer hätte gedacht, dass das schwarze Loch so schwer sein kann so, auch meins oh, da muss ich hoch ah, wie komme ich da hoch? und auch meins so du steckst sie in deine Tasche zur sicheren Aufbewahrung ha, wunderbar Money Count oh oh schaut mal wer da ist der devster miau miau oh oh, die sind vorbereitet darauf der Reward ist 1 Million was was ha 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 oh no Rush aua cooles Art 1 Million Dollar zum K zum Kuchen, der mir unsere kleine Bebe bringt weh aua wo du willst ha 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 du wirst nicht weit Die wollen mich jetzt wirklich killen. Die anderen gucken nur zu. Ich kann die nicht killen. Okay, ich kann sie nicht killen. Einfach wegrennen. Hier ist was. Nein? Doch, da ist noch was. Schaut mal. Okay, vielleicht ist das nur so komisch aufgebaut, weil da normalerweise diese U-Bahn oder sowas ist. Okay, dann ignorieren wir es und renn weg. Verdammt. Rush, aber verstehen wir wegen... Ja, ja. Wegen den ganzen Fahrzeugen, ganzen Zügen. Okay, komm, einfach weg, einfach weg. Ich bin doch nur ein liebes Blumenmädchen. Blumenmädchen, ihr könnt mir nichts antun, ja. Ich bin ganz lieb. Okay, das funktioniert nicht. Ich weiß gar nicht, wen ihr sucht. Also, mich sucht ihr bestimmt nicht. Oh Gott, das sucht ihr auch nicht. Verdammt, wo muss ich denn lang? Muss ich die doch killen? Ich kann sie nicht killen. Nein, ich mach keinen Damage. Ich greife mich ins und wieder zurück an. Attack nicht lang. Okay, okay. Ich grabe euch mit Geld an. Ich glaube, das macht keinen Damage. Boing! Weg hier! Mach es schnell. Nein. Nein. Du darfst es nicht tun. Tut es nicht! Oh! Wo muss ich überhaupt bleiben? Okay, das ist bisher einfach nur das pinke Level. Nur halt mit noch mehr Screenshaking, noch mehr Action, weil hinter uns die Shadow Marius warten. Oder? Ich weiß nicht, die sind hinter uns. Ich gucke einfach nicht nach hinten. Einfach weiter rennen. Einfach weiter rennen. Einfach schnell weg. Schnell weg. Einfach nicht gucken. Dafür bleibt keine Zeit. Oh, ich muss mitfahren. Okay, los. Aua. Hat weh getan, aber hat mich nur gestriffen zum Glück. Ich bin hier nicht umgefallen davon. Aua. Ach, da habe ich mich umgefallen, aber ich bin schon safe. Okay. Du bist lieb. Du bist eine liebe Katze. Dich mag ich. Oh nein, die habe ich gefunden. Die haben mich gefunden! Die wollen mich umbringen! Das sind noch mehr! Ich kann nicht mehr im Laden einkaufen gehen. Kann ich in den Untergrund? Dort? Ich muss sogar in den Untergrund, denke ich gerade. Ich muss nicht so gelangen. Äh, never mind. Also, ich kann die killen damit? Oder? Wie war das? Okay, jetzt kann ich ihn einsetzen. Okay, ich glaube, das geht nicht. Ich muss doch hier mitfahren. Ja, doch. Ah, okay, doch. Okay, sorry. War ich gerade nicht sicher. Okay. Okay. Komm schon, bounce mich! Ja! Nein! Äh, 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 äh. Falsche Maske! Die Einwohnermaske! Oh! Boah, wie sie guckt! Ah! Ich stehe im Visier! Sehr schlecht! Äh. Äh, äh, muss sie weg! Wo steht sie? Das muss sie zerstören! Hast du es zerstört? Ne, sie muss es zerstören. Ja! Special Delivery! Das ist aber kein gutes, äh, das Spiel. Nicht wirklich. Äh, 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 komm schon! Komm schon, hier lang! Das muss sie explodieren bringen! Hier! Hier! Aua! Komm schon! Wieso nicht? Oder muss es... Ah, sorry, ich... Äh, sorry. Ich hab's gerade gecheckt. Hier it comes! Ich muss das anderes tun. Ich muss das hier rüberbringen. Oder so. Oder muss ich das abschießen lassen? Ha, ha, ha. Are you running from me? Ah, andersrum! Okay. Jetzt sind noch die Kätzchen weg. Äh, ne, warte mal, ich sind doch da. Ich muss dich alle von euch verflächen. Kannst du nicht passen lassen? Die Kätzchen haben wir uns verflogen. Oh nein. Oh nein, muss ja weg. Äh, 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 äh. Ich gehe den Weg rückwärts, sehe ich gerade, oder? Oh, da kann ich nicht langen. Dann hier hoch. Boing. Sind wir beim Grün. Ja, wir gehen nochmal alle durch. So ein Challenge-Mode. Weg. Ähm. Hallo? Wo war das nicht? Jetzt hast du geklappt. Hä? Okay. Egal. Egal, was soll's. Oh nein. Und da muss ich, ich muss hinterher her? Ja, ich denke schon, dass ich rennen kann. Ich meine, nächstes Jahr. Okay, das muss ich öffnen. Während es nämlich die ganze Zeit abschießt. Okay. Ha, ha, ha. Und. Miau, miau, ich bin nur eine Katze. Greif mich nicht an. Mach kaputt, mach mal kaputt, mach mal kaputt. Uuuuh. Das reicht nicht. Es gibt noch ein zweites. Okay, ich soll mich hier verkleiden, als Einwohner. Are you ready to die? Nee, actually bin ich noch nicht ready to die. Ich bin noch ein Kind. Ich würde gerne noch ein paar, gut 100 Jahre oder so überleben. Ich weiß ja nicht, wie lange Aliens leben, aber, ne? Wäre auf jeden Fall ganz nett, wenn du mich noch ein bisschen, zumindest, am Leben lassen würdest. Ja, danke fürs Fast Travel. Die Bounty ist 2 Millionen. Ohohoho. Jetzt sind's 2 Millionen. Oh nein. Jetzt sind's 2 Millionen. Oh nein. Okay, dann nehmen wir den mit. Ja, was heißt damals? Ist jetzt auch nicht lange her, ne? Komm, den Katzenbaum hochklettern. Das ist doch nicht schwer. Geht mir, Baukitsch. Yeah. Siehst du gar nicht da an der Wand? Krass. Geh, gehst du da weg. Hallo, Katzenpool. Aha. Was bist du hier für ein Katzenschwein? Muss ich an dir dran? Ähm. 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 Ich denke, ja. Also, ich kann dir auf jeden Fall lang. Oh ja, ich seh's schon. Drei Dinger zu machen. Mei, mei. Gees macht das kaputt. Da, 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 da. Guck, so muss es kaputt machen. So bumm, bumm, bumm. Danke. Wir bessern das gleich jetzt auch noch mal hier machst. Ja, also hier so. Genau. Passt. Aber bumm. Genau. Und ein letztes Mal darf ich sogar noch machen. Na, ich bin so nett. Ich lasse dich sogar noch ein drittes Mal das machen. Hier, Klamotten kaufen, mach ich dann nach der Mission, wenn ich keinen Bounty auf mir habe. Weil jetzt wollen wir alle umbringen. Fürs Money. So, das wird sie zu. Lausgebiet. Du bist doch lange nicht zu Hause. Das wollen wir einmal sehen. Okay, da kann ich nicht lang. Ich muss hier lang. Okay, okay, okay. Wo bin ich nochmal? Ich kann mich dran erinnern, aber auch ganz ehrlich nicht. Bin ich da hoch? Ah, sowas ist das wieder. Ah, ich komme von der anderen Seite dieses Mal. Lol. Okay. Ah, komm, du musst weg. Komm, du musst weg. Du musst weg. Der Flucht-Tunnel. Wo ist der Ausgang? Rettungsausgang. Wo ist er? Aua. Aua. Ich schätze, ich bin hier richtig. Ich kann mir die Bilder mal anschauen. Trinke. Le Felide. The Lost Catnip. Oh nein, die verlorene Catnip. Das könnte ich noch nicht machen mit der Catnip. Da muss ich lang. Runter? Nein. Hoch? Ja. Soll er hoch? We see you. Das glaube ich euch. Warte, was steht hier auf der Rand? Okay. Alright. Runter da. Bonk. Sticker! Der Arme. Hä? Okay. Okay. Boah, das ist cool. Die Flucht-Mission, die finde ich cool. Jetzt haben wir wirklich Rush-Ober. Ich bleib mal den... Cool, den ich gerade hab's an. Ah, Mist. War ich wohl... Ja, ich wusste, passiert es mir nochmal so was. Komm, reicht, reicht. Ich muss aufladen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hä? Ah, so ein Spielchen haben wir wieder. Wisst ihr, wer was am besten macht? So! Miau. Bip, bip. Oh, what? Yikes. Ähm, yikes. Ähm. Achso, ich soll mit hoch. Und dann mit hoch. Und dann da hoch. Und dann da hoch. Okay, 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 okay. Da ist ein Sticker. Den darf ich nicht verpassen. Meist war alles nochmal neu, aber der Sticker ist es Wurffel. Ich meine, schaut mal, das ist ein... BABAM! Sticker. Er hat so einen BABAM! Sticker... Sag mal nicht, nein. Das macht man nicht. Eure Eltern haben euch bitte erzogen. So, das macht man nicht. Verstanden? Okay, gut, weiter. Ah, nach dem Post hab ich gesucht. Packneck. Einfach diesen... Den Schaffner wieder. Komm mal her, Mietzis. Ihr sucht mich doch bestimmt auch für Money. Komm mal her, süße Kitty. Süße Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Kitty, 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 Kitty. Und dann... Auwa. Kitty. Ich gehe jetzt noch wieder zurück. Komm hoch da. Nein, ein bisschen mehr noch. Ein bisschen mehr noch. Hallo? Das bringt mich hoch. Moin. Moin. Schon wieder diese... Die Cat-Tuberin. Was ist hier? Hier leuchtet es. Hier ist nichts. Vielleicht war ja mal was. Ach, ihr seid nett. Ach, schaut mal. Es gibt Leute, die einen Verstand haben und nicht nach Geld aus sind. Keine zwei Millionen sind es wert, mich zu killen. Das sind meine Freunde, wisst ihr. Aber das ist süß. Du, 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 du... Ähm. Oh, well, well. Hi. Schau, was das Cat drangt in. Ja. Step inside, won't you? Oh, oh. Jetzt geht's noch. Na, eigentlich... Uh-oh. Oh, Officer. Ja, Officer. Hi, Polizei. Wie... Convenient. Ich war gerade so, um rauszukommen. Äh, ja, ich... Polizei, psst. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Sie sind viel schwerer, um zu rauszukommen, als du bist. Die wird man schnell viel schwerer los als dich. Du, 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 du... Oh, sie rett noch voraus. Oh, sie hat Angst vor der Polizei. Das heißt, dass sie Schmuddelware macht, du. Ciao, miau, bricht mei. Oh, nur einer ist gegangen. Hey, kid. Don't worry. I'm on the, äh, jewelry store payroll. Did something happen, while I was upstairs? The boss looked mad. Oh, er... Er ist von ihr, aber er hat nicht mitbekommen, was wir gemacht haben. Anyway, I had something to give her, but I couldn't make the trade with my partner here. I know she's had to track them down, so take care of her. Okay, ja, ich bring's hier, natürlich. Aber... Weißt du was? Ich... Ich glaube, ich behalte es einfach für mich. Ja, ich behalte es einfach für mich. Du, 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 du... Die Yakuza Metro. Oh, okay. Wir sind nur gekommen, weil die Polizei unterwegs war. Krass. Intruder Alert! Oh nein, sag mir jetzt nicht, sie ist hier bei uns. Wait, what? Ein neues Zeit Rift? Neues Zeit Rift bei uns oben bei... The Finale? Ende der Zeit? Warum? Gibt es hier nicht noch eins? Ich bin mir sicher, hier gibt es auch noch eins links. Das würde doch nur Sinn machen. Okay, also ich wusste auf jeden Fall noch, dass es auch noch einen Zeit Rift gibt, aber scheinbar ist das eins auf der Overworld. Also auf dem Zeit... Auf unserem Raumschiff statt auf dem Metro. Na gut, habe ich nichts gegen. Ja, Freunde. Wie fandet ihr den DLC? Ich fand ihn nice. Der hat mir gefallen. Ich würde nicht sagen, es war mein Lieblingslevel. Alpine Berge fand ich schon super. Es war aber im Fall besser als der erste DLC. Das würde ich schon sagen. Und da oben ist ein Sticker. Habt ihr es gesehen? Jetzt finde ich die langsam mal. So langsam aber sicher finde ich sie auch mal. Ein Hourglass. Als Erinnerung dafür, dass wir jetzt fast alle haben. Wenn wir mal da oben schauen. 55. Gibt es 56? Moment. Ein Level gibt es da jetzt noch. Warte, welche Farbe war das? War das lila? Wenn ja, dann gibt es hier noch eine Story. Es war lila. Okay, das machen wir glaube ich dann noch nochmal beim nächsten Mal. Ich glaube, das wird noch lange dauern, bis wir das dann durch haben. Könnte zumindest sein, dass es länger dauert. Also ja. Kannst du lieber gleich giveaway averse. Die Pfege Colmachen campo. Wenn wegen desか machst. types von転gest. Dann kommen sie hin. ús lockdown hat. Da sä. ó. Dann gucken sie nach. Da sind eins.